hallo liebe dmz-gemeinde freunde des extraction lootrader modus von call of duty wir haben tatsächlich den battle pass nie als thema gehabt aber jetzt mit der bezeichnung black style haben sie ein konzept rausgebracht wo doch viel diskutiert wurde und gerade bei uns in den live streams streamer freitag bis sonntag um ab 11 uhr morgens auf youtube war black sei doch hier und da doch wieder ein thema und es war ein bisschen undurchsichtig was ist black style überhaupt und was macht das aus und warum wird dem spieler da wieder so viel geld aus der tasche gezogen also erst mal was ist überhaupt black cell es gibt den battle pass in season 3 das ganze startet am 12 april in drei varianten das erste ist die kostenlose variante die wir bisher auch hatten das ganze ist kostenfrei und man kann sozusagen die freien slots kostenlos bekommen das ist ungefähr so ein fünftel des inhalts des battle passes dann kann man den normalen battle pass kaufen für 1000 kopf punkte also für umgerechnet zehn euro man kann entweder zehn euro bezahlen oder 1000 kopf punkte investieren und kriegt einen vollen battle pass also alle 100 slots also 100 einzelnen belohnungen und der dritte weg jetzt wird sein der sogenannte black cell die black server rande da zahlt man 30 euro man kann keine kopf punkte investieren also man zahlt nur dieses geld und kriegt dafür kopf punkte und das ganze schaltet dann entsprechend noch mehr slots frei für den battle pass und zweitens fort ich gehe gleich darauf ein was alles drin sein wird das ding ist dass bis jetzt jeder battle pass so eine funktion hatte dass man schneller progress hat leute die weniger zocken die konnten durch die investitionen dann so ein bisschen mehr progress haben und hatten schon mal ein paar punkte freigeschaltet jetzt mit black cell das ganze auf 30 euro und nicht für kopf punkte verfügbar zu machen es ist ein riesen punkt und deswegen zu allererst ganz wichtig was ist überhaupt drin in black cell also zuerst einmal schaltet man in black cell natürlich im battle pass frei und bekommt 20 freie stufen also ein fünftel des battle passes wird instant für euch freigeschaltet ihr könnt euch selber entscheiden welche belohnungen ihr da direkt haben möchtet aber also ein progress das war bisher immer so jedes season gab so ein angebot und dazu bekommt er noch 1100 kopf punkte also ungefähr kopf punkte im wert von zehn euro diese tierstufen erhöhen sich wenn ihr playstation besitzer seid also auf der playstation gibt es 25 freie tierstufen anstatt 20 das was jetzt noch dazu kommt sind kopf punkte innerhalb des battle passes hier kann man noch bis zu 1400 punkte erspielen also freischalten das heißt mit 1100 kommen wir auf 2500 kopf punkte also 20 personen 20 euro alleine sozusagen an inhalt von kopf punkten und das entspricht schon sehr sehr gut diesen 30 euro das heißt man kriegt schon relativ viel zurück das traurige ist aber dass man eben wirklich diese 30 euro investieren muss und nicht das pandor an kopf punkten investieren muss ich selber habe zum beispiel 3300 punkte gerade über könnte also in sind wahrscheinlich dieses paket kaufen aber ich darf nicht ich muss halt wirklich die 30 euro investieren so weit so gut aber jetzt kommt es noch ganz dicke und zwar zusätzliche skins ohne ende also das allererste ist natürlich der animierte operator skin er sieht schon ziemlich cool aus zwischen hat sich hier viel mühe gemacht den operator raus zu bringen und zu einem mir ein bisschen werbung zu machen anscheinend haben sie geldprobleme dass sie da den kunden locken wollen ein scherz also jeden fall ein animierter operator und eine blueprint also eine waffen blueprint also eine komplette waffe die man hier auch sieht dazu gibt es ein fahrzeug skin und ein finishing move also das ist sozusagen erst mal die ingame dinge die man zusätzlich und top bekommt dann ist es so dass man einen sogenannten black cell sektor freischaltet wir sehen hier am alten battle pass oben links ist dieser sektor bereits zu sehen also wir können es so vorstellen dass im neuen battle pass dieser black cell sektor dann anklickbar ist und jetzt heißt es ist der für diese black cell besitzer also frei ist dann habt ihr instant freigeschaltet und ihr könnt instant die felder die um diese um dieses black cell fällt herum liegen ebenfalls freischalten also zusätzlich zu diesen 20 beziehungsweise 25 freien punkten also noch schneller progress also das klingt schon danach dass man den battle pass mit diesen 30 euro investitionen schon extrem schnell durch haben könnte und als ob das alles noch nicht genug ist kommt jetzt noch ein dickes ding dazu und zwar zusätzliche skins ihr bekommt sozusagen für jeden operator skin im battle pass noch eine zusätzliche wechsel variante wie auch immer die aussehen mag was auch immer das ist wobei ihr auf zwölf skins insgesamt kommt und das ist schon jede menge muss man sagen wenn man das jetzt alles umrechneten geld kann sich selber ausrechnen wie viel er drin ist gerüchteweise steht hier und das ist ungefähr ein wert von 70 euro hätte wenn man es denn so umrechnen möchte jetzt wohl wissen was also in black cell drin ist ist die große frage eher lohnt sich das denn jetzt und da kann sich jetzt jeder selber ausmalen es ist natürlich erst primär wichtig ob einem cosmetics überhaupt wichtig sind also skins blueprints und so weiter die ganzen optischen sachen wenn ihr jemand seid dem sowas wichtig ist ja sowieso skins kauft im shop und generell davon angetan ist die operator optisch zu verändern und andere skins auf den waffen zu haben und so weiter dann kann so ein paket natürlich sehr sehr attraktiv sein vor allem wenn es dann auch so weit geht dass ihr sowieso diese pakete kauft um den battle pass schneller fertig zu bekommen weil er nicht zu viel spielen könnt dann ist es wahrscheinlich so dass es sich noch nie so sehr gelohnt wie jetzt dieses paket zu schnappen weil da wirklich was das angeht sehr viel drin ist wenn ihr aber jemand seit denen solche cosmetics und der progress nicht so wichtig ist weil sie sowieso den progress schafft man schafft ja den bettel fast relativ schnell muss man sagen dann ist 30 euro natürlich ein haufen geld vor allem weil man leider 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 eben nicht diese kopf punkte investieren kann sondern wirklich echt geld investieren muss was sehr sehr schade ist also es ist halt extrem unterschiedlich wie gesagt für jemanden denen cosmetics wichtig sind und für jemanden der sowieso solche pakete holt das ist ein gutes angebot bei alle anderen weiß ich nicht muss sich hier überlegen und für jemanden den cosmetics nicht wichtig sind und auch der progress ist für denen ist dieses flex angebot absolut nicht zu empfehlen wenn man diese 30 euro investiert bekommt natürlich auch keinen einfluss auf das spiel als man bekommt keinen pay to win faktor oder was es wirklich geht hier nur um cosmetics und um zeit gewinn also das natürlich gut so dass es keinen pay to win faktor und gottes willen aber das hat man nicht vergessen dieses investitionen beinhaltet nichts in game mäßiges dass er irgendwie besser unterwegs sein könnt und damit muss man sagen gibt es natürlich wieder die möglichkeit für die kritiker zu sagen okay nein wir boykottieren das ganze absolut verständlich das spiel ist in vielen belangen nicht in dem zustand in dem es sein sollte viele leute ärgern sich ihr kriegt es damit gerade im bettloreal wo ich gott sei dank nicht viel mit zu tun habe da ist halt wirklich eine heiße luft momentan und ganz ganz schwieriges thema und dann solche monetarisierungs systeme zu bringen wurde auch wirklich nur geld investieren kannst und keine cut punkte werden zu sagen heute wir brauchen euer geld und das ist 30 euro muss man sagen ist ja auch nicht wenig es ist die hälfte des preises wie man das spiel jetzt neu kaufen würde das ist schon einiges und das in der dritten season wobei natürlich insgesamt fünf oder sechs seasons geplant sind das ist schon wahnsinnig viel wenn man bedenkt dass man das jedes season macht also die helfe des einkaufspreises noch mal zu investieren nur beim battle pass das kann natürlich einen schon aufregen vor allem wenn man battle royale spieler ist oder generell multiplayer spieler hat wenig maps dazu bekommen und ihr kennt die ganzen probleme was es da nicht alles gibt das ist natürlich dann ein gutes mittel zu sagen nein wir unterstützen das nicht activision und co sollen lieber mal an ihrem spiel arbeiten bevor wir denen noch mehr geld in solchen höhen und massen vor allem in den schlund werfen anstatt den 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 entwickler irgendwie dazu zu bringen ihr spiel vernünftig weiter zu entwickeln ihr merkt schon das ganze hier artet einem video aus ja das ist es auch im endeffekt quatschen wir hier ein bisschen über das ganze weil es eben doch thema war in den live streams auch vermehrt und ich möchte dazu sagen bedenkt eine sache diese skins die wir jetzt hier bekommen die wir in die wir investieren das ist nicht so wie bei anderen spielen wie zum beispiel bei league of legends oder counter strike wo ihr etwas investiert und es für viele viele jahre erhalten bleibt in der regel ist es so dass mit jedem call of duty wechsel natürlich auch ein wechsel der skins stattfindet 2023 kommt ein neues call of duty im oktober werden wir die beta bekommen im november wird der release sein das wurde bis jetzt schon rausgelegt dass wir dann das neue cd bekommen und selbst da ist schon die frage ob die inhalte aus modern warfare 2 übernommen werden ein call of duty 23 wir wissen es nicht es gibt gerüchte dass es nicht so sein könnte das heißt das was man jetzt investiert könnte bereits ende 2022 23 23 obsolet sein es könnte natürlich auch sein dass wir übernehmen aber wie lange dann dann natürlich auch nur ein jahr ich möchte jetzt keine schwarzmalerei machen weil am ende des tages ist natürlich eine persönliche sache und jeder so seine freude haben am spiel und investieren können und ich sage euch ganz ehrlich auch wenn ich jetzt so viel negativ darüber gesprochen habe ich persönlich werde es mir holen aber ich muss dazu sagen ich mache natürlich videos ich mache streams und die leute können wir mal gucken wie es dann aussehen würde und ja ich es lohnt sich für mich weil ich das ganze mit euch gemeinsam sozusagen erkunden kann und ausprobieren kann das heißt aber nicht dass es sich unbedingt für jeden von euch lohnt das ist wirklich eine reine kosmetik sache wir bedanken uns an dieser stelle auch noch mal speziell unsere kanalmitglieder diesen kanal besonders unterstützen wenn euch der content gefällt haut gerne ein abo raus für ein like wenn wir uns auch sehr 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 freuen weil es uns doch sehr viel weiter hilft auch ein wort zu dmz und zwar ist es so dass wir am 12 april die neue season erwarten mit black cell und co und wir haben halt immer noch nicht die erkenntnis in welche richtung dmz weiterentwickelt wird momentan ist es so dass wir im zustand sind in dem dmz spaß macht aber natürlich auch viel tiefe und langzeit spaßfaktor fehlt sowie komplexität und ja wir auch da viele probleme haben der das spiel selber ist es super spiel momentan meiner meinung nach im gegensatz zu battle royale und co also dmz ist noch in einem extrem guten zustand aber die richtung die es einschlägt also wir sind wirklich in der beta beta die wird sich denke ich zu season 3 noch mal herausstellen in welche richtung ist weiter geht gehen sie wieder richtung beutegeld weil das ganze zu komplex ist weil es einfacher machen wollen oder gehen sie weiter richtung ex-faction lootshooter richtung tarkov in zeige von tier marauders ist es der weg den sie einschlagen und ich denke dadurch dass wir jetzt die halbzeit haben wenn wir davon ausgehen dass im november bereits das neue spiel kommt dann sind jetzt genau in der mitte mit season 3 und mit season 3 ist so entscheidend für den weiteren verlauf von dmz und ich denke dass wir bei der ganzen sache nicht vergessen dass wir hier eigentlich für dmz sind und diese ganzen cosmetics natürlich nur ein ein topping obendrauf sind um noch etwas mehr spaß aber die hoffnung und das wichtige ist eigentlich die entwicklung in dmz da drücken wir die daumen dass ihr entwickler das potenzial sehen und dass sie weiter in die richtige richtung gehen bitte 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 liebe entwickler macht kein quatsch an dieser stelle heute ich verabschiede mich sage tschüss und auf wiedersehen bis zum nächsten mal hasta luego und hasta la vista